So, heute möchte ich mal was ganz Besonderes ausprobieren. Und zwar werde ich heute zwei Betriebssysteme installieren. Nämlich einmal Voyager und einmal Voyager. Hm, zweimal dasselbe Betriebssystem? Nicht ganz? Ja, es ist irgendwo dasselbe. Das eine basiert auf Ubuntu und das andere auf Debian 12. Und da möchte ich mir die Unterschiede mal angucken. Und deswegen versuche ich heute mal ein Dualboot-System einzurichten. Also, schnappt dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute widme ich mich einem Betriebssystem, welches mir immer mal wieder über den Weg läuft. Mit einem Logo, welches so ein kleines bisschen an den Manjaro-Stil erinnert, an das Manjaro-Logo. Ja, das Manjaro ist ja wie so ein M. Und deswegen ging ich davon aus, dass Voyager im Prinzip auch auf Manjaro vielleicht basiert oder ähnlich. Ist aber überhaupt nicht der Fall. Voyager Linux basiert auf Debian und auf Ubuntu. Und es gibt auch noch eine Xubuntu-Version. So, und hier auf Voyager-Live.org, das ist dann quasi die Homepage oder die Webseite von Voyager, sieht man dann auch schon die ganzen Variationen, die Voyager so anbietet. Bitte nicht wundern, die Seite ist zwar komplett auf Deutsch, allerdings ist sie automatisch scheinbar aus dem Französischen übersetzt. Weshalb hier zum Beispiel statt Tablet einfach Tablette steht, weil Tablette in Französisch eben auf Deutsch auch Tablette übersetzt wird. Ist manchmal auch in den Texten dann ein bisschen komisch. So, hier auf der Übersichtseite sehen wir schon, es gibt also das letzte Release, das ist das 23.10. Das ist dann mit Gnome 45. Das ist also quasi der letzte Ubuntu, das letzte Ubuntu-Flavor quasi, welches aber nur bis 24. Oktober supported wird. Finde ich sehr, sehr schön, diese Übersicht hier. Ich kann mal schauen, leider kann ich es nicht größer machen. So, dann gibt es das 23.04 Plus. Das Plus bedeutet, dass hier ChatGPT mit dabei ist. Auch das werden wir auch installieren. Dann ganz normal das 23.04 ohne ChatGPT und dann noch diverse andere weitere Versionen. Und hier unten sehen wir dann noch die 20.04 Gnome-Edition und die 20.04 Gamer-Edition, welche dann allerdings auf Xubuntu basiert mit XFCE. Also ziemlich, ja, ziemlich spannende Vielfalt hier. Und dann sind hier noch zwei weitere, nämlich einmal Voyager 11 und 12. Und diese basieren dann jeweils auf Debian Bullseye oder eben auch ganz neu Voyager 12, Debian Bookworm. Und dieses Betriebssystem, Voyager 12, werde ich dann als zweites Betriebssystem jetzt installieren. So, um die Systeme herunterzuladen, gehe ich hier als erstes mal auf Debian und gehe dann hier auf Voyager 12, Debian Bookworm. Steht da tatsächlich Debian Bücherworm, Autoübersetzung. Und dann gehe ich hier einfach auf Herunterladen und komme dann hier auf Sourceforge. Ich gehe gleich auf Problem Downloading und wähle NetCologne aus, weil NetCologne bei mir hier wirklich am schnellsten herunterlädt. Ja, hier sieht man schon 23 Minuten will er mit NAV Communications. So, also nochmal NetCologne. So, da ist der Mirror gewechselt und jetzt kann der Download starten. So, und das sind 4 GB, die jetzt hier runtergeladen werden. Das geht dann auch hier bei mir recht zügig und braucht in der Tat nur ein paar Sekunden, also quasi noch nicht mal ganz eine Minute. So, in der Zeit, wie er hier am Runterladen ist, gehe ich dann hier oben auf ChatGPT und dann auf Voyager 2304+. Dann wird das ChatGPT-Programm hier kurz erklärt und ich kann hier auf Herunterladen klicken. Komme dann auch hier wieder auf den Download und NetCologne ist mein Mirror, das ist auch in Ordnung so. So, der erste Download ist schon fertig und der zweite startet auch so gleich. Auch hier ist die ISO 4,4 GB groß. Das ist wirklich unfassbar groß, aber wie man sieht, auch hier der Download geht recht zügig. So, dann habe ich hier meinen Ventoy-Stick. Den habe ich jetzt eingelegt und verschiebe einfach diese beiden ISO-Dateien hier rüber auf meinen Ventoy-Stick. Das braucht dann wirklich eine ganze Weile, ehe die dann auf den Stick draufgeschrieben sind, da dann einfach geduldig sein und abwarten. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Ventoy-Stick und hier haben wir die beiden ISOs, die wir gerade runtergeladen haben und die werden wir jetzt mal nach und nach installieren. Als erstes fangen wir mal an mit der Ubuntu-Version von Voyager. So, einmal try and install. So, dann sind wir jetzt hier auf dem Ubiquity-Installer und dann einmal auf Deutsch und Voyager installieren. So, Deutsch als Tastatur-Layout, das hat er dann schon richtig erkannt. Und dann habe ich hier die Möglichkeit jetzt auszuwählen, wie die Installation ablaufen soll. Ich möchte die normale haben. Aktualisierung kann er auch runterladen und ich möchte Drittanbieter-Repositories ebenfalls noch haben. Dann einmal weiter. So, jetzt kann ich auswählen, auf welche Platte Voyager installiert werden soll. Ich sage Festplatte löschen und Voyager installieren. Einmal auf Weiter und ich wähle die Veno-Scorp-Festplatte aus. Dann einmal jetzt installieren. Ja, hier zeige ich dann nochmal die Partitionen an und ich sage einfach Weiter. Und dann heißt es Abwarten. So, hier können wir schon die Zeitzone auswählen. Die hat er richtig erkannt. Einmal weiter. Dann legen wir gleich einen Benutzernamen an. Ein Benutzer-Account. Der ist Typ. Benutzername ist Typ. Das kann so bleiben. Und dann noch ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Und der Rest kann so bleiben. Ich sage einmal Weiter. Und ja, dann warten wir jetzt, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist jetzt einmal durchgelaufen. Und jetzt starten wir einmal neu. Allerdings nicht in Voyager, sondern nochmal zurück auf den Ventoy-Stick. So, denn jetzt starten wir die Live-ISO von Voyager 12, also Debian 12 im Prinzip. Und ich starte direkt den Installer. Oh, das ist interessant. Anstelle des Installers startet hier direkt eine Live-Umgebung von Voyager 12. Das ist sehr interessant. Dann haben wir hier den Gnome-Welcome-Bildschirm. Da ist jetzt momentan nur Englisch verfügbar auf der Live-Version im Prinzip. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Da können wir jetzt erstmal hier nur auf Next und können jetzt hier einfach das Ganze schließen oder einfach auch sein lassen. So, dann ist das Ganze fertig und wir können die Ersteinrichtung schließen. Und hier unten gibt es den Installer und zwar sieht das aus wie Calamares. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass hier eben nicht dieser Debian, der klassische Debian-Installer verwendet wird, sondern das Ganze über Calamares läuft. So, dann können wir jetzt hier direkt einmal Deutsch als Sprache auswählen. Dann einmal weiter. So, wir befinden uns hier nicht in New York, auch nicht in der Nähe, sondern hier in Berlin. Dann einmal weiter. Die Tastatur, das Tastatur-Layout hat er jetzt erkannt. Deutsch, beziehungsweise anhand der Sprache. Und hier wähle ich jetzt im Prinzip die richtige Festplatte aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar die Veno Scorb ist das. Da ist ja jetzt unser Voyager Ubuntu, sag ich mal, drauf. Und ich werde jetzt einfach parallel dazu installieren. So, das ist quasi vorher und nachher. Und hier kann ich jetzt mit einem Schieberegler hin und her schieben, wie groß denn die Debian-Partition, also sprich hier, was jetzt hier rot ist, wie groß die Debian-Partition dann nachher sein soll. Wir können das so 50-50-50 einfach lassen. Und die EFI-System-Partition ist hier SDB1 in dem Falle. Also hier vorne, das, was jetzt hier blau ist, das ist völlig in Ordnung. Das kann auch so bleiben. Und dann machen wir einmal weiter. So, dann geben wir uns hier einfach einen Benutzernamen. Das ist dann einmal Typ. Benutzername Typ ist okay. Name des Computers kann so bleiben. Und ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Dann einmal weiter. Hier wird das alles nochmal zusammengefasst. Hier wird jetzt Debian quasi installiert, also sprich Voyager 12. Dann einmal installieren. Oh, und dann heißt es abwarten und Tee trinken, bis auch diese Installation durch ist. So, die Installation ist jetzt durch. Das hat alles natürlich eine Weile gedauert. Da muss man einfach geduldig sein. Und jetzt können wir das System einmal neu starten. Und diesmal starten wir direkt auf die Festplatte. So, jetzt haben wir hier unser Grub-Boot-Menü. Das ist das Grub-Boot-Menü von Debian 12, also Voyager 12. Da steht hier leider Debian oben. Das sieht man dann hier ganz unten links, sieht man dann ganz blass Debian 12. Der Grub-Bootloader selber hat erkannt, dass Voyager 2304 Plus drauf ist. Also das Voyager Ubuntu Edition. Und Debian 11. Das ist mein Datensicherungs-Server. Da gehen wir jetzt nicht rein. Aber den hat er ebenfalls erkannt und kann ich von hier aus ebenfalls starten. So, wir fangen an mit Voyager 12. Also sprich Debian 12. Und da klicken wir einmal drauf. So, Debian 12 Bookworm ist ja die neueste Version von Debian. Debian, das sollte ja wohl kaum zu übersehen gewesen sein, weil ja wirklich so ziemlich jeder Linux-Youtuber darüber schon ein Video gemacht hat. Ich quasi noch nicht. Und ich habe da auch nicht vor, da jetzt ein extra Video zu zu machen. Deswegen nutzen wir das Ganze jetzt hier einfach aus. So, ja, wir gehen einfach mal drauf und geben dann das Passwort ein. Und können uns den direkt anmelden. Und dann ist der ganze Spaß auch gestartet. So, jetzt haben wir auch wieder den GNOME-Welcome-Bildschirm. Und diesmal auch auf Deutsch, weil wir die deutschen Locales und die deutschen Sprachpakete mit nachinstalliert haben. Deswegen können wir das auch so lassen. So, wie wir es voreingestellt haben, einfach auf Weiter. Die Ortungsdienste möchte ich jetzt hier nicht an der Stelle aktivieren. Und hier habe ich jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel meinen Google-Account zu verbinden, meinen Nextcloud-Account oder auch Microsoft-Live-Account. Das kann durchaus nützlich sein, wenn ich zum Beispiel einen Online-Drive habe, also einen Online-Speicherplatz, einen Cloud-Speicherplatz oder auch einen Kalender und Kontakte, wenn ich diese hier synchronisieren möchte. So, ich mache jetzt hier einfach weiter. Ich überspringe das und sage einfach Debian GNU Linux starten. Und damit ist dieser Einrichtungsbildschirm weg und kommt auch nicht mehr wieder. Und ja, dann schauen wir uns doch mal diese wunderschöne Oberfläche an. So, das ist GNOME 43. Das ist also nicht die neueste GNOME-Version, die es aktuell gibt. Das ist auch nicht verwunderlich, da Debian immer die aktuell stabilste Version einer Desktop-Umgebung eben implementiert. So, und ja, das Ganze wird dann jetzt auch eine Weile so sein. Designtechnisch finde ich, ist das sehr, sehr schön gelöst. Ich finde die Symbole sehr schick. Auch hier unten das Dock sehr, sehr, sehr nett. Und ja, hier oben haben wir dann eben auch dann unsere Leiste, wo wir zu den verschiedenen GNOME-Fenstern kommen. Oder wenn ich auf das Symbol klicke, das ist dann ein bisschen anders als beim herkömmlichen GNOME, habe ich hier eben ein Menü. Was ich wiederum persönlich besser finde, als diese große Kachelwand, die es bei GNOME immer gibt. Aber das ist auch Ansichtssache. Das muss jeder ein Stück weit für sich entscheiden. Wir können mal ganz schnell überfliegen, was alles vorinstalliert ist. Hier ist eine ganze Menge vorinstalliert. Zum Beispiel das komplette LibreOffice-Paket ist hier vorinstalliert. Wir haben GIMP mit drauf und auch Shotwell. So, hier gibt es einen französischen Namen. Das ist Visioneur Dimanche. Das ist quasi einfach ein Bildbetrachter. Könnte man sagen, das ist französisch. Das heißt einfach nur Bildbetrachter. So, und dann haben wir Hilfsprogramme. Und auch hier haben wir Capture de Crane, was im Prinzip Bildschirmaufnahme bedeutet. Hier sind einige Sachen, die nicht korrekt übersetzt wurden, einfach auch in französischen geblieben, da das Betriebssystem quasi in französisch erstellt wurde. Auf französisch kommt ja auch aus Frankreich. So, dann haben wir Firefox ESR, also die Extended Release Version ist mit drauf. Das stabilste Firefox. Wir können auch gleich mal schauen, welche Version. So, es ist zumindest schon mal alles auf Deutsch. Sehr schön. Das heißt, die deutschen Sprachpakete von Firefox wurden nachinstalliert. Das ist sehr, sehr gut. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Und hier haben wir die 102.11 ESR. So, dann habe ich hier gesehen, gibt es hier einmal Private. Wenn ich draufklicke, dann öffnet sich ebenfalls Firefox. Allerdings im Inkognito oder auch im Private Mode. So, Thunderbird ist natürlich auch mit drauf. Das darf nicht fehlen. So, unter Multimedia haben wir auch ebenfalls eine ganze Menge hier schon vorinstalliert. Hier gibt es diverse Media Player, wie zum Beispiel Good Vibes, den MPV Media Player, den ich persönlich sehr, sehr, sehr schön finde. PTV ist mit drauf. Ein der Standard-Genau-Musik-Player. So, X-Fileso ist ein Programm zum Bearbeiten von Audio-Metadaten. Also kann ich zum Beispiel MP3-Datei, Metadaten, die ID3-Tags bearbeiten. Dann haben wir hier noch ein Programm namens QuoLiBe. Das ist quasi eine Audio-Bibliothek, könnte man sagen. Da kann man seine Audio-Sachen alle verwalten und auch durchsuchen und anhören. Rhythmbox ist standardgemäß mit drauf. SM-Tube ist quasi so ein YouTube-Client, könnte man sagen. Tonaufzeichnungsprogramm und ganz normal Gnome-Video. So, machen wir direkt weiter. Es gibt eine Rubrik Spiele. Da einmal drauf. Und da gibt es dann halt diesmal eine ganze Menge. Also nicht nur so wenig, wie sonst bei Gnome vorinstalliert ist, sondern das sind halt so, ich sage immer, so Bürodattelspiele. Mal so für zwischendurch, wenn man am Telefon gerade ist. Kann man nebenbei einfach mal so ein bisschen datteln. Ein bisschen viel Gewinnspielen oder so. Oder mal Jürgen oder sogar Pac-Man ist mit drauf. Und ein Würfelspiel, Schach und so weiter. Ja, wer da also ein bisschen datteln möchte. So, dann unter System Werkzeuge ist Bleach-Bit schon mit vorinstalliert. Das finde ich sehr, sehr gut. Bleach-Bit bereinigt das System. Also, falls das System mal langsam wird oder zu langsam ist oder die Festplatte und der Speicher zu voll werden, dann kann man mittels Bleach-Bit zum Beispiel Auto-Clean, Auto-Remove und so weiter durchführen. Dann diversen Cache und Cookies und so weiter löschen. Und vieles, vieles mehr, einfach um Speicher wieder ein wenig freizugeben. Finde ich sehr, sehr gut. So, und ansonsten gibt es dann hier noch diverse Sachen, wie zum Beispiel Gnome Tweaks. Ist das jetzt dieses Optimierungen? Den D-Conf Editor haben wir ganz normal. Die Synaptics-Paketverwaltung. Dann gibt es tatsächlich ein TI-Terminal, speziell für die TI-Schrift. Interessant, dass das hier mit vorinstalliert ist. Dann gibt es ein Terminal namens Tilda, welches hier mit vorinstalliert ist. Und das finde ich ziemlich interessant, weil Tilda hier einfach quasi auf dem Desktop läuft. Das ist ziemlich kurios. Das habe ich so auch noch nicht gesehen oder wie auch immer. Und ja, finde ich sehr, sehr interessant. Cool. Im Prinzip könnte man aber sagen, läuft das Programm einfach quasi auf dem Desktop drauf und ist zu 100% transparent mit Ausnahme der eigentlichen Schrift. So, die Frage ist, ob sich Tilda hier irgendwie beenden lässt. Ich gucke mal, was wir hier haben. Okay, das ist im Prinzip ein Dropdown-Terminal. Ansonsten soweit nicht. Dann kann ich höchstens Kill-All mal probieren und dann einfach Tilda schreiben und dann wird Tilda auch geschlossen, weil es gibt ja irgendwie kein Schließbefehl dafür. So, dann gibt es hier noch Multilingual-Terminal. Es gibt das Gnome Software Center, was mit drauf ist. Konki ist das hier unten. Da sind wir an so ein paar System-Sachen angezeigt. Das finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr dezent auch. Finde ich wirklich super. Und dann haben wir noch zwei Rubriken Zubehör. Einmal wahrscheinlich das Standard-ÜSO-Zubehör-Sachen, wo man noch mal so ein paar Sachen findet, wie zum Beispiel Gnome Clocks, also Uhr. Auch hier wieder auf Französisch als Vollback-Sprache, kurioserweise. Wir haben hier KeePassX mit drauf. KeePassXC als der Passwort-Manager. Sehr zu empfehlen. Ein paar Texteditoren, zwei verschiedene Gnome-Texteditoren. Und dann gibt es natürlich hier noch Dateien, einen Datei-Manager, ganz klar. Und dann haben wir noch ein zweites Zubehörfeld. Und da haben wir einfach nur einen Extension-Manager. Und hier finden wir dann im Prinzip die ganzen Gnome-Extensions, zum Beispiel eben auch das Dock, das Dash-to-Dock hier unten. So, wer mit diesem Menü nicht so ganz klarkommt, und ich finde dieses mit der Ecke nicht so schön. Wer mit diesem Menü nicht so klarkommt, oder wer das nicht so mag, der kann natürlich auch das klassische Gnome-Kachel-Menü nutzen. Einfach hier unten auf dem Dock auf Anwendung anzeigen. Und dann hat man hier wieder seine klassischen Gnom-Ansicht und kann hier oben eben auch nach den Dingen suchen. So, eine sehr, sehr schöne Aufmachung, finde ich. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Können wir gucken, ob NeoFetch vorinstalliert ist. Tatsächlich ist NeoFetch vorinstalliert und hat auch Debian nicht erkannt als solche, sondern tatsächlich Voyager 12 Debian Edition quasi. Und deswegen Debian nicht erkannt, meine ich eben auch wegen dem Logo. Hier ist das Pinguin anstelle des Debian-Logos. So, das ist der aktuelle Körnel. Der 6.1 ist der aktuelle LTS-Körnel, der stabilste LTS-Körnel, der letzte. Der ist auf jeden Fall mit drin. Das Terminal heißt GJS, welches ich hier gerade benutze. Und ansonsten kann ich das System wie jedes andere Debian eben auch verwenden. Gut, das soll es aber erstmal für Voyager 12 gewesen sein. Ich starte jetzt das System einmal neu und starte direkt in Voyager 2304 Plus rein. So, einmal Neustart. Jawohl. So, hier sind wir jetzt im Grub-Menü wieder und hier haben wir Voyager 2304 Plus. Da einmal drauf. So, dann sind wir auch wieder in der Anmeldung und da haben wir hier den Standard Gnome Login. Hier unten kann ich dann übrigens zwischen Ubuntu und auch XFCE hin und her wechseln. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. So, zuerst logge ich mich einfach ein. So, auch hier haben wir dann als allererstes die Gnomeinführung, die man einmalig durchläuft, wo ich mich dann hier mit den verschiedenen Accounts auch anmelden kann, wenn ich das möchte. Ich überspringe das Ganze jetzt. Jetzt möchte ich Systeminformationen an Canonical senden. Das lasse ich jetzt einfach mal auf Ja weiter, weil ich werde das System ja nicht als Produktivsystem nutzen. Und bei Datenschutz sind die Ortungsdienste standardgemäß abgeschaltet. Das finde ich sehr, sehr anständig, dass Ubuntu das Ganze als Opt-in-Version anbietet. So, hier gibt es dann noch einen Hinweis auf das Ubuntu Software Center, wo ich dann eben noch viele Sachen nachinstallieren kann. Das fehlt mir ein bisschen bei Voyager 12, bei der Debian-Version. Da wird nicht so ganz klar als Anfänger, wo ich noch zusätzliche Software herkriege, außer eben aus dem Standard Software Center. So, einmal fertig. So, hier haben wir aber allerdings ein Hintergrundbild, welches ein bisschen besser angepasst ist. Hier unten haben wir das Voyager-Logo. Jawohl, hier haben wir Aktualisierungen verfügbar, die wir jetzt aber nicht durchführen. So, in der Mitte dann die Version. Das ist nicht das Datum. Das ist die Version 2304. Und auch hier haben wir wieder Konki mit den Systeminformationen. So, dann ähnlich wie wir es eben schon gesehen haben, haben wir hier eben die Gnome-Kachel-Übersicht. Und hier oben dann im Prinzip das Menü. Das gleiche wie bei Debian, nur mit dem Unterschied, dass es hier in hell ist. Und auch das Symbol-Thema ist hier ein anderes. Ich werde mich jetzt aber mal abmelden, weil Gnome haben wir ja gerade eben gesehen und möchte mich mit der XFCE-Version mal anmelden. Also einmal abmelden. Dann haben wir einmal draufklicken auf den Namen und dann hier unten bei dem Zahnrad einfach XFCE-Sitzung auswählen. Und dann einmal Enter. Und dann schauen wir mal, wie die XFCE-Version aussieht. So, als allererstes hat sich hier so ein Notizbuch geöffnet. Das können wir hier einmal schließen. Das brauchen wir nicht. So, der Hintergrund hat sich leicht geändert. Der ist von der Farbe ein bisschen anders. Finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Also diese Farbkombination ist wirklich sehr, sehr toll ausgesucht. Und dann haben wir hier überraschenderweise noch ein paar mehr Symbole auf dem Desktop hier zu finden. Zum einen hier auf dieser Seite gibt es dann den Kalender. Aha, das sind also so eine Art Short-Links. Da öffnet sich dann der Kalender. Hier könnte ich dann die Einstellungen öffnen. Ah nein, dieses Zahnrad-Symbol ist das Terminal, beziehungsweise Infos. Da wird dann quasi Neo-Fetch geöffnet. Ziemlich interessant. So, dann haben wir hier einmal das Wetter. Wenn ich hier also drauf drücke, habe ich hier den Wetterbericht. So, was haben wir hier noch? Ein Auge. Das ist Box. Okay, und bei Box, da kann ich jetzt hier irgendetwas auswählen. Ich bleibe mal bei Voyager-Themes-Walls. Okay. Themen Voyager. Persönliche Themes. Ah ja, okay. Da kann ich dann quasi Themes auswählen. Und dann haben wir hier ein paar Themes, die ich hier auswählen kann. Da möchte ich jetzt aber hier nicht rumspielen, sondern ich möchte dich einfach einladen, das selber ein bisschen herumzuspielen. Man kann das auch testen. Einfach hier auf Test gehen. So, dann wird das Theme geändert. Sehr, sehr schick. Und dann kann ich sagen, möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben. Zum Beispiel das 2004. Das sieht dann entsprechend so aus, die Version 2004. Da wird allerdings nur das Wallpaper wahrscheinlich geändert. Und die Farben. Ja, was haben wir hier? Bamboo. Einmal testen. Okay, sehr gut. Ein Bambus. Sehr schön. Und eins machen wir jetzt noch. Nehmen wir Experience. Okay. Sehr interessant. So, dann haben wir noch Voyager Skate. Und wir bleiben aber bei Voyager Default. 2304 Default. Das ist das hier. Einmal okay. Und das war's. Und dann kann ich hier noch viele Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel die Icon Panels, die Farben des Icon Panels. Wine und Gaming kann ich hier. Dann Conky Control kann ich Conky noch. Äh, entsprechend konfigurieren. Und vieles, vieles mehr. Das finde ich sehr schön. Das habe ich bei der Debian Edition jetzt nicht gefunden. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Aber es war da nicht mit dabei. Aber ich nehme mal an, das wird bei den normalen Versionen auch nicht dabei sein. Weil schließlich heißt diese Version auch 2304 Plus. Das heißt, hier sind einige additive Sachen mit dabei. Gut. Dann, äh, was haben wir hier? Ach, das hatten wir das Auge. Und hier gibt es noch etwas, das sich P4 nennt. Ah ja, okay. Da kann ich das wahrscheinlich, äh, aus, automatisch ausblenden lassen. Wenn ich jetzt hier mit der Maus weggehe, ist das ja immer da. Und wenn ich jetzt hier nochmal draufgehe und dann mit der Maus, äh, weggehe, ja, dann wird es ausgeblendet. Und wenn ich dann mit der Maus wieder hingehe, dann ist es wieder da. Und klicke ich nochmal drauf, dann bleibt das, glaube ich, die ganze Zeit da. Genau. Okay, funktioniert nicht zu 100 Prozent, aber ja. So, und dasselbe Menü im Prinzip haben wir hier drüben, allerdings mit anderen Anwendungen. Da kann man hier zum Beispiel WLAN an- und ausschalten. Was haben wir hier? Äh, das Touchpad kann man an- und ausschalten. Ich finde das eine ziemlich nützliche Funktion, denn auch ich habe immer mal das Problem, wenn ich eine externe Maus an meinem Notebook zum Beispiel anschließe und ich dann am Notebook was schreibe, dass ich mit dem Daumen oder mit dem Handballen immer auf das Touchpad komme und dann da irgendwas versehentlich drücke oder verschiebe. Und hierüber kann man das Touchpad dann einfach abschalten. Finde ich sehr, sehr schick. So, was haben wir hier? Da haben wir eine Erdkugel, steht jetzt Voyager, aber im Prinzip, äh, aha, wird jetzt hier was genau geöffnet? Ah ja, okay, wir haben hier einmal Startpage. Das ist im Prinzip die Voyager Startseite und, äh, das ist ziemlich interessant, weil hier kann man direkt loslegen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sogar auch einrichten kann, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man diese Index-HTML-Datei einfach auch bearbeiten kann unter Punkt Startpage 0 Index. Sehr, sehr, äh, interessant, dass es diese Startseite gibt. Was haben die als Suchmaschine hinterlegt? Einfach mal irgendwas eingetippt und Enter gedrückt und Google ist die Standort-Suchmaschine, die hier hinterlegt ist. Okay. So, da haben wir hier unten noch so ein Schloss. Äh, Safe steht hier. Und, äh, da kann man, äh, die Benutzereinstellungen bearbeiten. Okay, ergibt mir zwar nicht so viel Sinn jetzt, aber okay, gut zu wissen. Und hier gibt es noch das, äh, das ist, äh, Net quasi. Also, hier kann man die Internetverbindung konfigurieren. Huh, das war schon ziemlich viel. Hier unten haben wir jetzt auch noch, äh, ein paar Symbole. Ähnlich, wie wir das von der Debian Edition schon gesehen haben, gibt es ja hier auch ein Dock quasi mit ein paar wichtigen Programmen. Und viel wichtiger finde ich dann das, was eben noch so weit vorinstalliert ist. So, hier haben wir dann eben ein, äh, anderes Menü, das XFCE-Menü. So, unter Büro, auch hier wieder die Office-Bibliothek, also LibreOffice-Bibliothek schon vorinstalliert. Äh, der Kalender heißt hier Agenda, ist ganz klar, weil das auch hier wieder auf Französisch geblieben ist. Viele Sachen wurden einfach nicht auf Deutsch übersetzt, sondern es ist auf Französisch, äh, geblieben. So, unter den Einstellungen dann eben die üblichen Verdächtigen, die man eben so braucht. Unter anderem eben auch Box Voyager XFCE. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Box Voyager tatsächlich nur für XFCE gibt. Und gar nicht für Gnome auch oder sogar gar nicht für Debian verfügbar ist. Ja, äh, wird wahrscheinlich so sein. So, was haben wir sonst noch? Ansonsten gibt es hier unter Einstellungen nicht allzu viel, außer die Standardsachen, die bei XFCE ohnehin schon mit dabei sind. Auch hier Bleach-Bit zum Bereinigen des Speicherplatzes ist mit dabei. So, unter Grafik auch hier wieder GIMP mit dabei. ImageMagic ist vorinstalliert und auch Shotwell und auch Ristretto als Bildanzeigeprogramm. Unter Internet haben wir ein paar Sachen mehr vorinstalliert als unter der Debian-Edition. Neben dem Browser Firefox haben wir auch noch zusätzlich Remina vorinstalliert und auch Transmission. Transmission und, ja, Wike nehme ich mal an, also Wikipedia-Artikel-Software sozusagen, dass man quasi auf Wikipedia-Artikel über einen Client drauf zugreifen kann. Mich interessiert jetzt noch schnell, weil welche Firefox-Version hier vorinstalliert ist. Es ist auch hier wieder alles auf Deutsch. Die Locales sind also alle installiert. Und hier haben wir die 113, die Version 113. Also es ist nicht die ESR-Version, sondern die, ja, Latest-Stable-Version quasi. So, unter Multimedia finden wir dann diverse Player, die wir auch schon gesehen haben vorhin in der Debian-Edition, wie zum Beispiel, ja, Good Vibes, die Radioanwendung, Rhythmbox mit dabei, MPV. Und der Parol-Media-Player ist diesmal hier mit dabei. Hier gibt es jetzt noch ein Brennprogramm, welches ebenfalls vorinstalliert ist. Ob das überhaupt noch so ein Ding ist, wage ich zu bezweifeln, ob über noch jemand CDs und DVDs brennt. Und dann gibt es hier noch Calv, das Plugin-Pack für das Jack-Interface. So, unter Sonstiges haben wir Bavarde. Da gucken wir gleich rein, was das ist. So, Spiele gucken wir auch noch mal kurz durch. Ich glaube, das sind dieselben Spiele, wie wir auch schon bei der Debian-Edition gesehen haben. Wenn nicht, sogar ein bisschen weniger, weiß ich jetzt nicht. Und hier haben wir noch ein paar System-Sachen, Systemeinstellungen. Das sind halt so die Standardsachen, die eben schon auch zum Teil vorinstalliert sind bei GNOME und XFCE. Und unter Zubehör finden wir dann auch noch so was wie Taschenrechner, Laufwerksverwaltung, Archivierungsprogramm, da muss man halt gucken, hier ist alles zum Teil halb französisch, halb deutsch. Da muss man mit klarkommen, wollen. So, dann gibt es auch hier, KeePass XT ist mit vorinstalliert. Meteo ist das Wetter im Prinzip. Und gut, dann, ja, der wichtigste Punkt wahrscheinlich ist Bavarde. Das ist ein Chat-GPT-Programm. Bavarde ist französisch und ist ein Wort, welches man reihübersetzen kann mit Smalltalk im Prinzip. Ja, als Bavarde bezeichnen Franzosen, wenn die bei einem ein unwichtiges Gespräch führen oder wirklich unwichtige Themen, die jetzt nicht deep sind, wenn man kurz über das Wetter spricht. Das ist das, was wir als Smalltalk kennen. Das nennen die Franzosen eben Bavarde. So, und so heißt also im Prinzip heißt dieses Chat-GPT-Programm quasi Smalltalk. Gut, ja, hier kann man jetzt halt irgendwas eintragen. So, ich habe jetzt hier einfach mal angebracht, bist du der Chatbot von OpenAI? Und er sagt, ja, ich bin ein Chatbot, der auf GPT 3.5-Technologie von OpenAI basiert. Interessanterweise könnte ich jetzt einfach fragen, bist du der Chatbot von Bing? Einfach, um nochmal gegenzuchecken, ob die Antwort nicht vielleicht anderweitig automatisiert ist. Okay, hier sagt er aber schon, nein, ich bin eben nicht von Bing, ich bin der Chatbot von OpenAI. Gut, also das ist der OpenAI-Chatbot, der quasi bei OpenAI hinterlegt ist, auf den quasi alle auch Zugriff haben, kostenfrei. Wer Chat-GPT 4 oder wer GPT 4 verwenden möchte, der muss das bei OpenAI direkt kostenpflichtig erwerben, damit das funktioniert. So, aber im Prinzip, ja, scheint das hier schon recht gut zu funktionieren. So, mit dem Programmieren sieht das auch ganz gut aus. Ich habe jetzt hier einfach angefragt, gibt mir eine HTML5-Boilerplate, also quasi ein HTML5-Grundgerüst aus. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat mir jetzt hier ein Grundgerüst quasi ausgegeben, mit ein paar Beispiel-Mustertexten quasi. Was gar nicht so schlecht ist. Und ist natürlich nicht ganz so hübsch dargestellt. Und auch mit diesen, ja, wenigen Zeilen, die hier nur zur Verfügung stehen, ist das ein bisschen schwer, das nachher alles auch ordentlich rauszukopieren. Weil man, das finde ich dann bei Chat-GPT auf der Webseite ein bisschen besser. Was mich jetzt noch interessiert, ob bei jeder neuen Anfrage die alte Anfrage quasi gelöscht wird. Oder ob er sich darauf weiterhin beziehen kann. Deswegen frage ich jetzt einfach mal an, indem ich jetzt hier einfach schreibe und nun für zum Beispiel C++ meinetwegen. So, mal schauen, ob er jetzt weiß, dass es immer noch um eine Boilerplate geht. Ja, scheint nicht der Fall zu sein, denn jetzt hat er schon vergessen, was ich genau wollte. Er weiß also nicht, dass ich mich auf die Boilerplate zuvor beziehe. Also diese Funktion funktioniert tatsächlich auf der Webseite von OpenAI. Wenn ich da jetzt geschrieben hätte und nun für C++, hätte er mir tatsächlich die Boilerplate oder das erste Grundgerüst für C++ ausgegeben. Gut, mal gucken, ob man das hier vielleicht auch einstellen kann. Hier gibt es Einstellungen. Hier steht tatsächlich Eingabeaufforderung nach dem Senden löschen. Ich weiß ja nicht, dann bedeutet das wahrscheinlich einfach nur, dass dann alles einfach geschlossen oder gelöscht wird. Wie auch immer, dass ich dann oben nichts mehr drin habe, sondern nur noch die Antwort sehe. Ja, also es ist ziemlich rudimentär, auch sehr, sehr einfach. Und er merkt sich eben den Gesprächsverlauf nicht. Das muss einem bewusst sein. Grundsätzlich ist dann aber so als kleines Helferlein für nebenbei, ist, denke ich mal, Bavarde ziemlich schönes, kleines Tool, was man tatsächlich nutzen kann. So, und Bavarde kann man auch auf GitHub, glaube ich, herunterladen. Gut, da ist noch ein R dahinter. Das heißt Bavarde. Der im Prinzip wird aber Bavarde ausgesprochen. So, genau. Hier haben wir eine Chitchat with ChatGPT oder mit GPT. Und hier finden wir noch die Codeberg-Seite dazu. Da kann man das Ganze dann hier noch entsprechend genauer betrachten und lesen. So wie es aussieht, kann man dann zwischen verschiedenen Chat-Systemen auch hin und her wechseln. Das Ganze ist als Flatpack verfügbar für GNOME. Man kann es aber auch direkt aus dem Repository laden und, ja, kompilieren und installieren. Hier dann einfach drauf. Und dann hat man dann hier im Prinzip direkt den Zugriff drauf. So kann jeder sich dieses ChatGPT-Programm einfach ganz fix auf seinen eigenen Rechner installieren. So, was lässt sich also hier raus mitnehmen? Also, Voyager Linux ist nicht nur ein Betriebssystem, sondern ist eine, ja, ganze Gruppe von verschiedenen Distributionen, die auf Ubuntu, Xubuntu oder auch Debian basieren. Dieses Betriebssystem kommt aus Frankreich. Das merkt man dann auch sofort, da einige Sachen auch auf Französisch ausgegeben werden, die nicht korrekt übersetzt wurden. Was ein bisschen schade ist, aber für meine, meines Erachtens jetzt nicht ganz so problematisch. Es kann aber durchaus, doch durchaus ein bisschen stören. Optisch muss ich sagen, besonders GNOME ist sehr, sehr, sehr schick umgesetzt. Auch hier dieses XFCE-Theme ist sehr, sehr schick. Das Hintergrund gefällt mir. Dann dieses, diese Programme hier auf der Seite, diese Shortlinks, die hier links und rechts auf der Seite drauf sind, finde ich wirklich sehr, sehr toll gemacht mit dem Dock auch und so weiter. Also, ein sehr, sehr schönes, konsistenter Stil ist hier mit drin. Und ich nehme mal an, Zielgruppe sind tatsächlich eher Franzosen und der Rest kann das natürlich auch nutzen. Und ist dieses Betriebssystem denn für Anfänger und Erfahrene zu empfehlen? Ja, absolut. Ja, besonders auch hier diese XFCE-Version von Voyager, welche auf Ubuntu basiert, kann ich wärmstens empfehlen. Auch für Anfänger, weil es wirklich sehr intuitiv ist und einfach zu bedienen ist. Aber eben auch Voyager 12, also die Debian Edition, ist sehr, sehr schick, sehr, sehr stabil. Und ist auch für erfahrene Anwender, für Profis im Prinzip sehr, sehr gut geeignet. Und auch die Installation, hat man ja gesehen, macht überhaupt keine Probleme. Es lassen sich sogar beide Versionen hier nebeneinander installieren. Ohne Probleme. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Prinzip.